Jetzt wird's gut! Grüß euch bei der Osttiroler Kochstau, jetzt wird's gut! Wir kochen heute etwas ganz Besonderes. Habt ihr euch schon einmal an Fleisch gegessen? Viele werden jetzt den Kopf schütteln. Dabei ist das Fleisch vom Tiroler Berg genommen besonders lecker und zart. Und es hat noch die Gütesiegel Qualität Tirol. Unsere Lampen und Schaufeln leben nämlich sehr gesund und haben auf die Almen viel Auslauf mit gesunden Gräsern und Kräutern. Wir holen das Fleisch in der Fleischerei Ordner in Lienz. Zuerst wird's mariniert, dann im Wok zubereitet mit rote Linsen und Jungzwiebeln. Es ist ein einfaches Rezept mit einem Hauch von Exotik, das genau zu unserem Motto passt. Wir kochen nämlich noch unsere drei Regeln. Es muss leicht gehen, es muss schnell gehen und es muss echt sein. Dann wird's gut! Waus im Musik Vogelgezwitscher Bis zum nächsten Mal. Hey, Theresa, haben wir heute noch einen Tipp? Sicher. Unser Tipp ist, die Rola Berglang, nachdem sie mariniert worden ist, vier bis fünf Stunden in den Kühlschrank zu stellen. Weil so ziehe ich die Marinade richtig gut ins Fleisch ein. Hält's märzt gut! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.